hallo und herzlich willkommen zu einem neuen blog auf schuss kanal das ganze übernimmt dieses mal ich weil irgendwie kann ich nicht finden ich frage mal nachher die anderen ob die schule finden können aber ich glaube nicht ganz dass wir die die aufgabe heute lösen können muss halt leider gottes ich jetzt die aufgabe übernehmen ich hoffe ihr werdet trotzdem ein wenig spaß haben schalt weiterhin ein weil sie das letzte video noch nicht gesehen habt macht es als erstes wir sehen uns weiß man noch nicht lasst euch überraschen das ist intro wird entscheidet nico weil der sitzen am pc wo sind wir klein italien werden die dollars rausgeschmissen in der schweiz passfoto passfoto zeit für neuen pass wir sehen uns der herr albrecht ist irgendwie noch nicht so ganz auf dem level heute aber jetzt geht es frühstücken oder wohin sonst oder wohin sonst torno torno kemona ok also ihr herzeilen sich heute morgen wieder die meinungen und falls ihr euch genau erinnert kommt jetzt hier schon gesehen es geht jetzt geht es erstmal zum frühstück freunde wie soll das video anders beginnen was wird als erstes hier in krotter gemacht natürlich handreifen das heißt step one sandreifen am neuen moped wird erstmal geschraubt bei xandy wird auch geschraubt was wird bei dir geschraubt guck mal richtig asche liegen das was haben wir denn hier was haben wir denn hier schöne boah ein kettenschleifer stück also wartungsstauben wieder voll und ganz ehre gemacht wird doch irgendwo in waldorf das alte falls jemand findet bitte nachschicken naja eine schuhe an ja kommt noch bin dabei Bis zum nächsten Mal. 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 Good morning. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.